Beim Reden kommend leidsam. Und wenn Kurt Wallner und Braumeister Andreas Werner zum Presseempfang laden, dann dürfen einmal im Jahr Blog und Schreiber zu Hause bleiben. Wenn dann auch noch ein Glas Bier dabei ist, umso besser. Bier ist doch ein guter Anlass, miteinander zu reden. Gehen wir auf ein Bier, reden wir uns das aus. Und ich glaube, da stimmt der Rahmen. Da ist nicht nur die Politik da, da sind die Journalisten da und wir geben dazu das Rundherum und ich glaube, das passt. Und wie das passt. Und das schon seit vielen Jahren. Denn verbindend ist hier nicht nur das Bier. Man braucht einander, weil wenn wir nur Beschlüsse fassen, an Projekten arbeiten, sie positiv abschließen oder eine Stellungnahme abgeben und es gibt niemanden, der diese Meinung, diese Information verbreitet, dann erfährt es auch niemand. Also diesbezüglich ist die Verbindung schon sehr intensiv und unabdingbar. Es ist ein Geben und Nehmen und ohne Blog und Schreiber redet es sich zwischen Politikern und Medienvertretern doch auch gleich viel leichter. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.